In diesem Clip stellen wir Ihnen neue Platzierungsmethoden für Bemaßungstexte bei Archicad 19 vor. Archicad 19 bietet mehrere automatische Platzierungsmethoden für Bemaßungstexte, die deren Platzierung erleichtern. Mit ihrer Hilfe kann sichergestellt werden, dass alle Bemaßungstexte sichtbar und lesbar sind und dass die Anzahl derjenigen, die manuell verlagert werden müssen, so klein wie möglich bleibt. Das Paneel Bemaßung Details des Dialogs Einstellungen für die Bemaßung Auswahl enthält das neue Feld Bemaßungstextplatzierungsmethode. Hier können Sie die gewünschte Methode einstellen. Im vorigen Clip wurden die Methoden klassisch und flexibel vorgestellt. In diesem Clip stellen wir Ihnen die beiden anderen Methoden vor. Die dritte Option ist die Methode Mittig. Bei dieser Methode versucht Archicad, jeden Bemaßungstext in der Mitte seiner eigenen Bemaßungseinheit zu platzieren, knapp über der Maßlinie, sodass er sich nicht mit den Bemaßungsmarkern überlappt. Wenn es nicht genug Platz für ihn gibt, wird er ein oder mehrere Zeilen über der Maßlinie platziert. Bei dieser Methode gibt es zwei weitere Kästchen, die zusätzliche Platzierungsmethoden bieten. Auch das erste Kästchen kann nur dann aktiviert werden, wenn auch das zuletzt genannte aktiviert ist. Wenn wir das Kästchen Überlappung mit Markern erlauben aktivieren, platziert Archicad einen Bemaßungstext direkt über der Maßlinie, wenn es zwischen ihm und den angrenzenden Bemaßungstexten genug Platz gibt, und zwar auch dann, wenn sich aufgrund dieser Platzierung Überlappungen mit Hilfslinien und Bemaßungsmarkern ergeben. Wenn zwei angrenzende Bemaßungstexte nicht weit genug voneinander entfernt sind, hat derjenige auf der linken Seite Vorrang, es sei denn, der andere passt zwischen seine Bemaßungsmarker. In diesem Fall hat dieser Bemaßungstext Vorrang, und der andere Bemaßungstext wird eine Reihe nach oben verschoben. Wenn Sie auch das Kästchen Unter der Maßlinie erlauben aktivieren, können Bemaßungstexte sowohl unter als auch über der Maßlinie platziert werden. Die letzte Methode ist die Methode Aus. Diese ist die einfachste Platzierungsmethode. Bei ihr wird jeder Bemaßungstext ganz einfach in der Mitte seiner eigenen Bemaßungseinheit platziert, knapp über der Maßlinie, auch dann, wenn sich der Bemaßungstext mit seinen Maßhilfslinien, Bemaßungsmarkern oder anderen Bemaßungstexten überschneidet. Bitte beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit Bemaßungstexten noch eine neue Funktion gibt. Wenn ein Bemaßungstext per Hand bewegt wird, bewegen sich unter der Voraussetzung, dass die Einstellungen die Verschiebung angrenzender Bemaßungstexte erlauben, auch solche angrenzenden Bemaßungstexte, die sich noch auf ihrer automatischen Position befinden. Wenn Sie Ihren Cursor um Ihren Bemaßungstext herumbewegen, zeigt Ihnen das Feedback das Zeichen Boxen anderer Bemaßungstexte und auch, ob sie zurückverlagert werden. Auf diese Weise haben Sie immer eine genaue Vorstellung davon, wie durch die Bewegung eines Bemaßungstexts die Position anderer Bemaßungstexte potenziell verändert wird.